Grüß Gott und herzlich willkommen zur Pressekonferenz von Covid-19-Veranstaltung im Salzburger Land. Ich bin einer der Mietorganisationen, mein Name ist Karl Auer-Bolasca, ich bin Menschenrechtler und Gründer einer touristischen Menschenrechts- und Hilfsorganisation, die unter den ganzen Covid-Maßnahmen extrem leidet, also nicht nur die Hilfsorganisation, sondern die Hoteliers, weil meine Hilfsorganisation ist abhängig von hunderten Hoteliers, die Urlaube verschenken an Familien in Not und durch den Lockdown war es weder möglich normalen Urlaub zu machen, noch Urlaube zu verschenken. Und dagegen wollte ich mich halt wehren und ich weiß dass seitens der Hotellerie hier große Sorge ist, eine große Betroffenheit ist und es gibt viele Hoteliers, die sich eben dagegen wehren, dass diese Maßnahmen, die meiner Meinung nach völlig überzogen sind, hier stattfinden und den Tourismus zu ruinieren drohen. Und so bin ich sehr froh, dass es uns gelungen ist, zusammen mit Mother Earth hier Experten herzubringen. Wir haben alle Richtungen eingeladen. Interessanterweise gekommen sind die, die sich hier ein bisschen alternativ verhalten in der ganzen Geschichte. Ich darf jetzt die Presse bitten, die Fragen zu stellen. Sagen Sie mir vorher, an wem Sie die Frage richten, dann geben wir einfach so das Mikrofon weiter, damit es die Pressekonferenz eröffnet. Bitteschön. Wen wollen Sie Fragen stellen? In den letzten Tagen ist der Sektenbericht der Regierung herausgekommen und da sind Corona-Kritiker mit Sekten wie Scientology gleichgesetzt worden. Was sagen Sie dazu, wenn Sie da mit Gläubigen einer Sekte gleichgesetzt werden? Das würde mich von allen interessieren. Wie stehen Sie dazu? Also ehrlich gesagt habe ich keine Kenntnisse von Sekten und was sie tun. Weil ich Wissenschaftler bin und mein Leben lang eigentlich genug zu tun hatte, habe mich also mit Fakten basierter Medizin und Wissenschaft zu tun gehabt. Wie gesagt, ich habe überhaupt keine Beziehung zu Sekten. Ich weiß gar nicht, was sie tun. Und wenn Ihre Regierung, die österreichische Regierung, mich mit einem Sektiere vergleicht, weiß ich auch nicht, was sie damit sagen wollen. Also es tut mir leid, ich bin ein bisschen ratlos. Ein Wissenschaftler als Sektiere kenne ich sowieso nicht. Ich kenne allerdings Menschen, Menschen, die viel glauben und nichts wissen. Davon kenne ich viele. Und ich habe immer versucht zu transportieren, dass es an der Zeit ist, dass die Menschen hierzulande, die eigentlich gebildet sind, gelernt haben, wie man denkt, logisch denkt, aufhören zu glauben. Weil Glauben gehört ins Mittelalter. Und ich habe vielfach das Gefühl oder die Befürchtung, dass die Gesellschaft fünf Jahrhunderte zurück sich versetzen ließ in sechs Monaten. Und dass jetzt die echte Wissenschaft gleichgestellt wird mit Sektieren, ist vielleicht bezeichnend. Danke. Nächste Frage. Kollege Perhammer. Mein Name ist Günther Perham von Verein oder Bewegung Werte voll leben, wo es eben darum geht, dass Menschen herausfinden, wer sie wirklich sind und das auch wirklich voll leben. Und daher interessiert mich diese ganze Thematik natürlich sehr, weil zurzeit die Menschen unwahrscheinlich eingeschränkt werden in ihrer Freiheit oder in ihren Möglichkeiten. Und da ist einfach in Bezug jetzt auf die Pressekonferenz, und das interessiert mich jetzt grundsätzlich eigentlich von allen Podiumsteilnehmern. Zum einen, was, also wie kann es sein, dass so gleichgeschaltet scheinbar alle Regierungen der Welt, die dieselben verrückten Dinge machen und gibt es da Ideen, was außer dem Virus da noch dahinterstecken könnte. Mir das irgendwie eher so scheint, wie wenn der Virus sozusagen eher im Vorwand wäre. Wer mag antworten? Aber er wollte es ja von allen wissen. Naja, das ist natürlich eine spannende Frage. Und das macht die Sache ja auch so bedrohlich eigentlich und so groß. Und der Kollege Wodak hat es ja schon immer von Anfang an mit dem Kaiser ohne Kleider verglichen, mit dem nackten Kaiser. Es ist einfach, ich denke mal, keine Verschwörungstheorie, sondern es ist Verschwörungspraktik. Es ist eigentlich, sage ich mal, organisiertes Verbrechen auf höchster Ebene. Die Menschen werden belogen, sie werden betrogen. Es wird Mainstream, werden die Menschen gleichgeschaltet auf einer globalen Ebene. Und es schaut so aus, dass es darum geht, die Menschen vorzubereiten, das zu wollen, was sie vor einem Jahr noch nicht mal im Entferntesten dran gedacht hätten. Es geht sicherlich um eine Gleichschaltung. Es geht dabei um eine digitale Identität herzustellen. Es geht um Kontrolle, glaube ich. Und das ist wahrscheinlich eine sehr, sehr böse Sache. Und die einzige Chance, die wir, glaube ich, noch haben, ist, einen Schulterschluss herzustellen, aufzustehen und uns auch dagegen ganz konkret zu wehren. Und das ist, glaube ich, das, was wir auch alle tun. Ich kann mich dem Pär diesbezüglich anschließen. Bei aller Grauslichkeit der Situation möchte ich aber ein kleines bisschen relativieren. Also weltweit ist nicht ganz richtig, weil wenn wir zum Beispiel nach Schweden schauen, dann passiert das dort ja offensichtlich nicht. Auch die baltischen Staaten halten sich da mittlerweile zurück. Aber es fällt halt auf, dass überall dort, wo offensichtlich Geld zu holen ist, nach dem Motto follow the money, alle mittendrin statt nur dabei sein, sind. Aber wie gesagt, die ganze Welt, das ist nicht ganz richtig, weil es machen ja auch nicht, wenn man das so bezeichnen kann, alle Staaten in Asien mit. Oder auch nicht alle afrikanischen Staaten. Aber wie gesagt, ich möchte das nicht relativieren, sondern nur so ein kleines bisschen wieder auch ins korrekte Licht rücken. Naja, was steckt dahinter? Das Cui Bono ist wohl immer die Frage. Also ich sehe sehr wohl, dass das in Richtung Etablierung eines autoritären Staates geht und bin entsetzt, wie leicht und schnell das funktioniert mit demokratischen Mitteln. Das muss man ja uneingeschränkt anerkennen, dass es offensichtlich in Österreich möglich ist, dass sich das Parlament selbst demokratisch gewollt ausschaltet. Also so weit ist es noch nicht, aber möglich wäre es ohne weiteres. Ja, ich könnte mir vorstellen, also wie gesagt, ich will da jetzt nichts als Wahrheiten hinstellen, aber möglicherweise haben wir es mit einem ganz primitiven Korruptionsskandal zu tun. Mit mafiösen Strukturen, der global, jetzt frage ich es doch, gesponnen ist. Aber ein wenig zum Trost gereicht mir vielleicht, dass Österreich eine Republik ist, die an Skandalen nicht arm ist. Ich bin schon alt genug, mich zu erinnern an AKH, Norekum, Locona, Bank Burgenland, Hypoalpe Adria, Diesel-Skandal. Und da hat es alle irgendwann einmal aufgeplattelt. Also nicht alle, aber ein paar der Damen und Herren, die zuerst noch in der Villa gesessen sind und gedacht haben, sie sind sakrosankt, die waren dann doch einsitzen. Und ich bin guter Dinge, dass es uns sollte, dass tatsächlich auch in diesem Fall so sein, gelingen wird. Ja gut, also ich sehe das auch mehr unter kriminellen Aspekten, also so wie ich es sehe, etwas anderes fällt mir momentan nicht ein. Und da gilt es eben aus juristischer Sicht mit rechtsstaatlichen Mitteln dagegen zu halten. Und da muss man eben die Bevölkerung auffordern, sich also den Mitteln zu bedienen, die man eben hat, dass man eben, wenn ich sage, das gebürtsmildenartig immer wieder, dass man sich gegen Bescheide, die einem nicht korrekt erscheinen, auch wehrt. Dass man sich dagegen hält, dass man eben die Rechtsmittel einbringt, die einem zur Verfügung stehen und der Behörde klar macht, dass es eben so nicht funktioniert. Das ist das, was ich dazu zu sagen habe. Also die weiteren Hintergründe, vor allem was das Kriminelle an dem Ganzen betrifft, da habe ich kein Detailwissen, aber ich denke schon, dass das irgendwann einmal das Licht der Welt erblicken wird. Ich weiß es nicht und halte mich deswegen zurück, weil jetzt Gedanken zu hegen ist eine Sache, aber sie auszusprechen ist eine andere. Und bevor ich etwas wirklich weiß, möchte ich keine Stellung beziehen. Es scheint, dass bei einigen Ländern, und hier beziehe ich Österreich mit ein, auch die Schweiz, nicht unbedingt etwas ganz Böses oben steht, Korruptes, Mafiöses, sondern in erster Linie, glaube ich und hoffe ich, ist es tatsächlich Unwissen, Ignoranz. Denn das gibt uns Hoffnung, dass die Bevölkerung in diesen Ländern das Rude selbst in die Hand nehmen und diese Fahrt umbiegen können, umleiten können. Es gibt andere Länder, wo ich viel, viel weniger Hoffnung habe. Dazu gehört Deutschland, aus vielen Gründen, die ich nicht hier ausführen möchte. Ich habe heute erfahren, dass in England, wir haben gestern den Moderator gehabt, den Magister Zeitz, und er hat heute erfahren, dass in England ein Mann verhaftet wurde, der die englischsprachige Ausgabe ihres Buches in der Hand gehabt hat. Ich weiß es nicht, mir ist das zugetragen, oder uns heute Morgen, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, warum er verhaftet wurde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er verhaftet wurde, weil er das Buch in der Hand hatte. Ich kann mir vorstellen, dass er etwas gesagt hat. Ich weiß nicht, ob Maskenpflicht da war und er hat keine Maske getragen, das weiß ich alles nicht. Ich weiß nur, dass von der Polizei ausgehend sehr viele Sachen gemacht werden, in England, aber auch in Deutschland, die schlecht sind. Und sie entehrt. Und so etwas entehrt die Polizei. Genauso wie die Gewalt, die angewandt wurde, gegenüber Frauen, eine Schwangeren, das wissen Sie, am 30. August, diese Bilder sollten eigentlich um die Welt gehen. Denn diese Bilder sind zutiefst erschreckend, wenn vier junge, starke Männer eine Frau zu Boden drücken. Egal, was diese Frau gesagt haben mag, die Frauen waren wehrlos, sie hatten nichts, keine Waffen. Und wenn so etwas passiert, dann drängt sich die Furcht auf, dass die Polizisten das aus Überzeugung gemacht haben und gedacht haben, sie müssen es tun, weil es geboten war, das zu tun. Und damit haben sie sich entehrt. Dankeschön. Kollege Stefan Bauer, möchte was fragen? Ja, vielen Dank, Stefan Bauer. Ich hätte die Frage an den Herrn Backdiebel. Wir sind ja immer auf der Suche nach der effektivsten Möglichkeit, mit dieser Corona, ich würde sagen, Diktatur umzugehen. Und da wollte ich Sie fragen, eine Idee von meiner Seite wäre, wenn wir in der Gesellschaft Geld sammeln für Rechtsanwälte, die dann zum Beispiel auch Leute vertreten, die, was weiß ich, zum Beispiel wegen Maske in der Metzgerei ist einer reingekommen und hat jetzt hier ein Hausverbot bekommen. Und der Metzger wollte einfach sich auch auf seine Seite stellen, hat ihn reingelassen, hat aber Angst um diese 5000 Euro Strafe, die er bezahlen müsste. Wäre das nicht dann am effektivsten, wenn wir als Journalisten Geld sammeln und diese Fälle dann beleuchten und zu sagen, wir sammeln das Geld gegen diese Ungerechtigkeit. Und ihr werdet informiert, dass jeder, der auf unserer Seite steht, diese Kautionen, diese Strafen, diese Bußgelder nicht bezahlen muss und obendrein noch einen Rechtsgernwalt gestellt bekommt. Ja, ich weiß nicht, was man machen kann. Weil wir werden überflutet und ich weiß gar nicht, ob man genug Geld wird sammeln können, um allen diesen armen Menschen zu helfen. Die Bücher, die werden immer dicker von solchen Fällen. Und die Hilflosigkeit, die Wehrlosigkeit ist einfach deprimierend, das muss ich sagen. Denn das ist eine Geschichte von Tausenden. Und es gibt Rechtsanwälte, die haben sich schon zusammengetan, um diese Menschen zu verteidigen, aber sie haben keine Kapazität mehr. Ich wüsste nicht, an wen ich die Hilferufe weiterleiten soll. Denn alle, die weitergeleitet wurden bis jetzt, konnten nicht mehr bedient werden. Auch wenn sie Geld hätten, die Rechtsanwälte, die wir kennen, haben keine Kapazität mehr. Insofern müssen jetzt Vorschläge aus der Bevölkerung, von den Rechtsanwälten kommen, was zu machen ist. Naja, es gibt auch ein zweites, einen weiteren Aspekt, den man vielleicht beachten sollte. Viele Menschen trauen sich einfach nicht. Also ich persönlich, ich meine, ich verlange natürlich nicht die großen Honorare. Aber wenn man dann sieht, dass Menschen, wenn sie mit so einem Bescheid konfrontiert sind, sich nicht einmal trauen, ein Rechtsmittel einzubringen gegen so einen Bescheid. Weil sie eben auch aus Angst vor weiteren Repressalien, dann sind halt schon die Grenzen des Anwalts erreicht. Weil den Mut, sich zu wehren, den muss schon jeder selbst aufbringen. Den kann ich jetzt nicht ersetzen als Rechtsanwalt. Das geht nicht. Ich brauche einen Auftrag und kann nicht einfach aus dem Nichts heraus ein Rechtsmittel gegen einen Bescheid einbringen. Das ist schwierig. Ob es wirklich das Geld ist, glaube ich jetzt gar nicht so wirklich. Es ist, die Leute haben Angst um ihren Job, die haben Angst um ihre Kinder, die haben Angst vor der Existenz schlichtweg. Dass sie die Existenzgrundlage verlieren, das sind die Gründe. Und ja. Ich möchte noch etwas dazu sagen als Beispiel. Wir haben ja diese Sammelklage eingebracht hier in Österreich mit meinem Rechtsanwalt gemeinsam. Und wir haben, glaube ich, sicher 2.500, vielleicht 3.000 Menschen gehabt, die sich daran konkret beteiligen wollten mit ihrem Fall. Aber nur vier davon waren dann auch wirklich bereit, das zu tun. Das ist der Punkt. Und das ist ganz, ganz schwierig. Und da braucht es einfach zivilen Ungehorsam. Da braucht es auch den... Man kann nicht aufstehen und gleichzeitig sitzen bleiben. Also die Menschen müssen wirklich auch was tun und sich dafür auch einsetzen. Und das betrifft ganz besonders Eltern heutzutage, auch in unserem Land. Väter, Mütter. Man kann diese Dinge nicht einfach so hinnehmen. Man muss wirklich was machen dagegen. Und man kann jetzt, ich kann jetzt noch das 17. Jahr-Test ausstellen, dass die Kinder sich nicht 10 Mal am Tag die Hände desinfizieren müssen. Nein, das müssen die Menschen tun, die da dafür eintreten sollen. Und das ist ganz wichtig. Das ist richtig. Aber ich muss sagen, dass wir Fälle haben, wo sie aufgestanden sind und verloren haben. Ja, in erster Distanz. Ja, kann ich weiterleiten. Mütter haben, also aus Deutschland allerdings. Und gerne sind bei mir im Mailbox sofort weiterzuleiten. Es gibt viele, die versuchen etwas zu tun. Also wenn es in erster Instanz verloren ist, dann ist noch nicht alles verloren. Aber ich gebe zu, es ist schwierig und ich beobachte das auch so wie der Per und der Roman sagen, irgendwo fehlt dann oft so der letzte Schmerz, dass man dann was macht. Und es ist für überhaupt niemanden angenehm, einem behördlichen Bescheid zu kommen, weil man schreckt sich. Und das ist ja auch, habe ich irgendwie so das Gefühl, die Absicht der Behörde, dass man sich da gleich mal ein bisschen schreckt, wenn sowas im Briefkastel ist. Aber da muss man drüber. Und das mit der Angst. Ich meine, ich wiederhole es eh, Papageien ähnliche. Die Angst-Gedankenhunde, die gehen einmal ihren Platz. Die bleiben auf ihrem Platz und dann gehen wir mal weiter. Fantasien helfen einem nicht weiter und vielleicht muss auch irgendwann einmal der Zorn ins Spiel kommen. Also wenn die Angst dann einmal in Wut und in einen Zorn umschlagt, so bis hierher und weiter nicht oder jetzt reicht es mir, dann wäre das möglicherweise ein Weg aus dieser Sache heraus. Aber offensichtlich tut es den meisten Leuten noch nicht weh genug. Und meine persönliche Schmerzgrenze ist schon um Lichtjahre überschritten. Ja, an der Stelle möchte ich den Dr. Dr. Christian Fierler noch einmal zitieren, der gestern da war, der gemeint hat, er erinnert sich jetzt an die 70er Jahre, 60er Jahre. Da gab es in dem Spruch, wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Und er hätte nie gedacht, dass wir jemals noch einmal in so eine Situation kommen. Hat noch jemand Fragen? Bitteschön, Frau Kollegin. Noch einmal einen Wochenblick an die Frau Dr. Rösch und an den Herrn Dr. Eifler. Sie sind ja irrsinnigen Repressionen ausgesetzt durch ihren Widerstand, haben mit der Ärztekammer zu kämpfen. Mich würde interessieren, wie sind die Reaktionen in der Ärzteschaft unter Ihren Kollegen? Erfahren Sie da irgendwie Solidarität, Zugeständnisse oder auch Kritik? Wie geht man damit um? Also mir geht es sehr gut. Ich fühle mich auch nicht von Repressalien ausgesetzt. Meines Erachtens nach sind das einfach Versuche. Das sind Angstmacherei-Versuche. Aber ich sage das jetzt zum wiederholten Mal an alle, die glauben, sie können mir Angst machen. Funktioniert mit mir nicht. Netter Versuch, aber geht mit mir nicht. Und ich lasse mich auch nicht demütigen und nicht beugen. Und das sind halt Versuche. Man wird schauen, das wird gerichtlich ausverhandelt werden, was da dann überbleibt. Zur Frage Solidarität, es erreichen mich sehr, sehr, sehr viele Anrufe, persönliche Gespräche, Nachrichten. Auch von Kollegen. Und die allermeisten sind positiv. Und viele sagen, ich finde das super, was du machst. Ich halte das auch schon überhaupt nicht mehr aus, aber ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht, auf eine Demonstration gehen, weil dort bin ich dann vielleicht irgendwo im Internet und dann sieht mich jemand. Und ich traue mich nicht und ich habe Angst, aber ich möchte gern und ich halte es fast nicht mehr aus. Und das ist für diese Menschen, die tut mir eigentlich sehr leid, weil es muss furchtbar sein. Aber ich hoffe, dass diese Schmerzgrenze eben bald übersprungen ist. Aber auch von anderer Seite erreicht mich sehr viel Solidarität. Und ich möchte mich da jetzt auch einmal öffentlich bei all denjenigen bedanken, die mir das aussprechen. Weil ich meine, natürlich bleibt das alles, berührt mich das alles auch an einem gewissen Zipfel meines Selbst. Und das tut mir auch gut, wenn mir Mut zugesprochen wird. Aber danke, ich spreche euch auch Mut zu. Und wie gesagt, Gedankenhunde gehen am Platz. Angst gibt keine. Ich habe Angst vor Spinnen, falls das jemand interessiert. Aber ansonsten vor gar nichts. Also das kommt so in Wellen. Die erste Welle war sehr viel, relativ viel Solidarität. Vielleicht, ja, ich schätze, waren sicher ein paar, naja, 1000 Kollegen gewesen seien, die sich da gemeldet haben. Dann haben wir da versucht, auch konkret was zu machen. Also da gab es eine Widerstandszelle, die wurde dann ziemlich schnell zerschlagen. Und zwar sehr gezielt von den Machenschaften im Hintergrund. Es ist schon ein bisschen anstrengend, jetzt zwei Verfahren von Ärztekammern am Hals zu haben. Und wie ich gestern erfahren habe, auch noch von der Staatsanwaltschaft, wo die Ärztekammern sich gegen mich gewendet haben. Es gibt schon einige Kollegen, die Solidarität zeigen. Wir haben ja zweimal auch eine, sage ich mal, Demonstration erlebt zu unseren Gunsten, wo sogar ein paar Kollegen dabei waren. Vielleicht 40 oder 50 haben sich da geoutet. Aber ich würde mir wünschen, dass viel, viel mehr sich auch für die Menschen einsetzen. Es ist eigentlich unsere Verpflichtung, da die Menschen auch gesund und zwar auch geistig und psychisch gesund zu erhalten. Und das könnten viele mehr von uns machen. Wären das jetzt Atteste, wären das Informationen, wäre das Kommunikation, wäre das die Leute aufzuklären, die Angst zu nehmen durch, sage ich mal, Aufklärung und Information. Aber da muss man sich natürlich dann outen und dann steht man auch, so wie hier, bei Pressekonferenzen oder manchmal auch vor fast Ku-Klux-Klan-artigen Ehrenraten in Ärztekammern. Also ich würde mir viel, viel mehr auch konkrete Unterstützung wünschen, dass die also wirklich auch herauskommen in all unseren Ländern, dass wir uns vernetzen. Es gibt überall so Gruppen. Ich habe Kontakt mit Ungarn und mit England und mit Spanien und mit Frankreich. Aber es sind überall, und wer mir auch sehr, sehr abgeht, sind vor allem die Jungen. Das sieht man auch, wir sind ja auch alle nicht mehr sozusagen die Allerjüngsten. Die fehlen. Die fehlen sowohl bei den Demonstrationen, die fehlen beim Widerstand, die fehlen aber auch in unserer Ebene. Und da würde ich mir mehr wünschen. Ja, ganz kurz, wir sehen es so und deswegen haben wir vor drei Monaten einen Verein gegründet, hat einen langen Namen Verein, Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie etwas lang, umständlich. Aber trotzdem, wir stehen dazu und in diesem Verein, der Verein ist gemeinnützig, ist anerkanntermaßen gemeinnützig, der die Hauptaufgabe ist, die Aufklärung, unpolitische Aufklärung und Präsentation von Fakten. Und wir haben Kollegen und auch alle Interessierten eingeladen, unterstützt zu werden für diesen Verein. Und wir haben auch Spenden bekommen für den Verein, für unsere Arbeit. Der Verein ist ziemlich aktiv und hat schon sehr viele Sachen gemacht. Wir sind auch allmählich vernetzt mit dem Ausland und beteiligen uns an Kongressen im Ausland. Auch diese virtuellen Kongresse, die stattgefunden haben in Ungarn, jetzt in Griechenland, in Spanien. Und wir haben in diesem Verein Unterstützer, auch aus der jungen Ärzteschaft. Ja, und viele. Weil sie zunächst mal anonym bleiben. Sie sind eingetragen als Unterstützer, aber sie sind uns bekannt. Und die Zahl wächst und wächst. Wir haben jetzt 14.000 Unterstützer insgesamt, davon einige tausend Ärzte. So. Sie sind sehr zufrieden mit dem Verlauf, haben aber vorgestern die Nachricht vom Finanzamt bekommen, dass die Gemeinnützigkeit uns aberkannt wird. In aller Wahrscheinlichkeit. Weil wir nicht gemeinnützig handeln und wir auf unserer Agenda haben, die Politik und die politischen Entscheidungen zu untergraben, und Leute aufzurufen, gegen bestehende Gesetze und Regeln zu verstoßen. Wie zum Beispiel gegen die Maskenpflicht. Deswegen wird uns die Gemeinnützigkeit aberkannt. Also vielleicht kann man dem entgegenwirken, indem der Verein zum Beispiel Gewaltopfer unterstützt, die aufgrund des Lockdowns noch mehr Gewalt erfahren haben, nämlich häusliche Gewalt. In Österreich hat die häusliche Gewalt im Lockdown um 5% zugenommen. Und die Familienministerin hat nur gemeint, na eh nicht so viel. Das war die Aussage, eh nicht so viel. Also vielleicht, damit wäre ja die Gemeinnützigkeit gegeben. Da kann ich Ihnen gute Hilfsorganisationen nennen. Und dann wird man sehen. Okay. Damit möchte ich zum Schluss kommen. Ich wollte natürlich noch wissen, wie heißt der Verein? Wie findet man den? Abgekürzt MWGFD. MWGFD. Und wenn ihr das reingebt, dann kommt sofort der Verein. Einfach googelt die MWGFD. Wunderbar. MWGFD. Okay. Nur ein guter Hinweis. Also die Entscheidung der Behörde über die Gemeinnützigkeit, die kann man auch anfechten. Das kann man überprüfen lassen, ob das wirklich, das kann man überprüfen lassen. Und es ist das sicherste Zeichen dafür, dass genau auf den Punkt getroffen wurde. Bitte weiter so. So, dann vielen herzlichen Dank. Noch einmal namentlich genannt Frau Dr. Konstantina Rösch. Der Rechtsanwalt Dr. Roman Schießler. Dr. Bär Eifler. Da gibt es noch Fragen online aus dem Publikum. Okay, dann, und den Dr. Professor Bagti. Dann nehmt ihr noch die Fragen an, dann machen wir das so. Okay. So. Darf ich dich bitten? Danke. Hallo, mein Name ist Edith Brötzner von Österreich ist frei. Wir haben ja den Livestream auf Österreich ist frei gerade laufen und ich habe da ein paar Fragen aus dem Publikum bekommen, die möchte ich gerne weitergeben. Für das erste an den Herrn Professor Bagti. Es ist die Frage gekommen, dass Sie ein Bakteriologe und kein Virologe sind. Das wird oft kritisiert im Zusammenhang mit Ihrem Buch. Wie sollen die Leute da argumentieren? Diese Frage ist gekommen. Es ist einfach so, dass nicht allgemein bekannt ist, dass die Bakteriologie, die Virologie, die Parasitologie einfach waren. Als ich mich habilitierte, da war ich in der Mikroviribakterologie, über mir war die Virologie und es war ein Austausch zwischen den zwei Instituten, fast auf täglicher oder wöchentlicher Basis haben wir uns getroffen. In vielen Instituten Deutschlands, Universitätsinstituten, waren die Abteilungen gar nicht getrennt voneinander. Und als ich das Institut für medizinische Mikrobiologie übernommen habe als Leiter, das war 1990, war die Virologie eine Abteilung innerhalb des Instituts, meines Instituts. Und der Virologe war mein direkter Nachbar. Und das führte dazu, dass diese zwei Fächer so agierten, wie sie agierten sollten, nämlich zusammen. Es waren keine getrennten Fächer, denn man kann die Infektiologie nicht trennen. Das, was für Bakterien und Parasiten gilt, gilt zu einem großen Teil auch für die Viren und umgekehrt. Und wenn man nur einseitig etwas anguckt, vergisst man die Besonderheit der anderen Seite. Und das ist der Grund, weswegen als ich in Mainz anfing, habe ich meinen Kollegen und älteren Kollegen, fast meinen Mentor in der Virologie, fast jeden Tag besucht und mit ihm ausgetauscht, von ihm gelernt. Er hat auf der anderen Seite auch mit mir immunologische Dinge diskutiert, weil ich bin Immunologe. Und wir haben wahnsinnig voneinander profitiert. Das führte dazu, dass ich im Verlauf meiner Karriere mehrere Arbeiten in der Virologie gemacht habe, die sehr gut publiziert wurden und bis heute eigentlich zu den Klassikern gehören. Ich habe auch über Parasiten gearbeitet, Malaria zum Beispiel, und habe darüber auch hochrangig publiziert. Also es ist einfach nicht richtig zu sagen, es gibt Bakteriologen und Virologen. Wenn jeder nur für sich hantiert, dann kann er nicht gut sein. Man muss in beiden Fächern das verstehen, was zu verstehen ist, sonst kann man das gesamte Fach Infektiologie nicht vertreten. Und das, meine Damen und Herren, ist ein Fehler, der größer und größer geworden ist, seitdem die Virologie als eigenständiges Fach sich unabhängig gemacht hat. Ich muss Ihnen sagen, dass als ich nach Mainz gekommen bin und gefragt wurde, was ist eine der Bedingungen, dass ich kommen sollte, würde, habe ich gesagt, eine meiner Bedingungen ist, dass die Virologie hochgestuft wird als Institut, sodass die Virologie ebenbürtig ist mit der Bakteriologie. Und dass die Virologie ein eigenes Etat bekommt, Budget bekommt, und dass wir auch personell aufgestockt wird, sodass die Virologie eigenständig operieren kann und die Wichtigkeit des Fachs Virologie anerkannt wird dadurch. Wobei wir natürlich engste Verbündete blieben bis zu meinem Ausscheiden. Und ich habe einen Sonderforschungsbereich gegründet und geleitet in Mainz zwölf Jahre lang. Und es war selbstverständlich, dass meine Freunde und Kollegen aus der Virologie beteiligt waren und auch Projekte hatten innerhalb dieses Sonderforschungsbereiches. Wir haben einige Fragen. Das Publikum ist sehr interessiert um diese Zeit. Vielleicht kurz zusammengefasst, zum PCR-Test sind einige Fragen gekommen. Was misst der? Was sagt der überhaupt aus? Was muss ich machen, wenn ich einen positiven PCR-Test mache? Ist der nächste negativ? Vielleicht ganz kurz, an wen der für übergeben zum PCR-Test? Also ich fühle mich zuständig, weil ich bin eigentlich ein experimenteller Mediziner. Das heißt, ich habe mein Leben lang im Labor verbracht, im wörtlichen Sinn. Ich habe Patienten gesehen, aber die Hauptzeit war in der Forschung. Schauen Sie mal, ich werde ein Gleichnis machen. Sie haben 100 Cent. Das ist die Last, das ist die Dosis an Viren, die Sie brauchen, um infiziert zu werden. Wenn er 100 Cent hat und mich anniest und 100 Cent kommen in meine Nase, dann werde ich infiziert. Das nennt man infektiöse Dosis. 1 Cent reicht nicht aus, weil es ist, wie meine Frau gestern gesagt hat, trinkt man ein halbes Glas Wein, da wird man nicht betrunken. Man muss dafür 10 Gläser Wein trinken und dann ist es soweit. Die PCR, diese Methode, ist eine Methode, wo, das ist ein Zaubertrick, aus einer werden zwei und aus zwei vier. Das verdoppelt sich jede Minute. Jede Minute. Und aus 100 werden in 10 Minuten eine Million Euro. Das können Sie nach jetzt vollziehen, ich habe es für Sie getan. Es ist so, aus einem Euro werden eine Million Euro in zehn Minuten, wenn jede Minute sich das verdoppelt. Das ist die Kettenreaktion. Aus einen Cent werden 10.000 Euro. Und diese 10.000 Euro, wenn Sie zehn Minuten das Gerät angehabt haben und Sie haben 10.000, dann wissen Sie, dass am Anfang nur ein Cent war. Und Sie wissen, dass das nicht ausreicht. Das heißt, dass dieser Mensch nicht infektiös war. So. Deswegen muss ein PCR, wenn er nachweisen will, dass ein Euro da waren, 100 Cent, darf dieser PCR nur zehn Minuten lang, darf man nur zehn Minuten lang den Knopf gedrückt bekommen und diese Kettenreaktion ablaufen lassen. Das aber ist nicht der Fall, sondern die PCR wird fast global, viel zu lange wird der Knopf gedrückt. Und zwar nicht zehn Minuten, sondern 17 Minuten. Wenn Sie 17 Minuten machen, dann sieben Minuten weiter, dann werden aus den 10.000 Euro eine Million Euro. Deswegen, nach 17 Minuten haben Sie auch einen positiven Befund, wenn nur ein Cent da war. Und das ist das, was hierzulande gemacht wird. Wenn Sie getestet werden, dann ist es so, dass wenn Sie nur einen Cent haben oder sogar einen halben Cent, weil dieses Cent nicht intakt ist, sondern es ist etwas zerrissen oder kaputt. Nämlich das Virus ist nicht nur zu wenig da, sondern auch schon kaputt. Wenn Sie Corona gehabt haben, vor drei Monaten, dann werden Sie nach drei Monaten, obwohl Sie überhaupt keine Infektion mehr haben, werden Sie vielleicht noch Stücke haben. Und die werden auch vermehrt. Deswegen ist es so, dass dieser PCR-Test, so wie er jetzt durchgeführt wird, niemals aussagt, dass ein positiv Getesteter infektiös ist. Und deswegen ist es nicht nur absurd, es ist eigentlich ein Verbrechen, wenn daraufhin jemand in Quarantäne geschickt wird, wenn daraufhin die Schule geschlossen wird, wenn daraufhin überhaupt etwas vorgenommen wird, was nicht belegt ist. Deswegen, was haben wir gestern gesagt, wenn jemand positiv testet, muss man verlangen, bevor etwas gemacht wird, dass gezeigt wird, dass man infektiös ist, dass man wirklich Viren hat, ausscheidet, die eine Infektion machen können. Das ist aber fast unmöglich. Oder man muss diesen Test so standardisieren, und zwar europaweit, dass nur zehn Minuten lang dieser Knopf gedrückt werden darf. Ich halte es für völlig absurd, gesunde Leute mit einem Labortest zu testen, um herauszufinden, ob sie eine akute Atemwegserkrankung haben. Also das ist absurd, weil ich bin eine Praktikerin, und ich schreite, man möchte es kaum glauben, man schreitet zum Äußersten und geht einmal zu der Patientin oder zu dem Patienten hin und fragt, wie es ihm geht. Und macht sich da ein Bild, und dann schaut man sich die Laborwerte an, und da versucht man das in Deckung zu bringen, und dann geht es weiter. Ein PCR-Test zur diagnostischen Sicherung einer Verdachtsdiagnose steht ziemlich sehr weit hinten im Prozedere. Und ich wäre ausgesprochen glücklich, wenn diese PCR-Teststraßen, die es da jetzt in Wien oder die da überall wie Schwammerln aus dem Boden schießen, dazu verwendet würden, dass man den Leuten zum Beispiel einen Blutdruck misst, oder einen Langzeitzuckerwert misst, oder vielleicht erhöhte Cholesterinwerte misst, weil das sind tatsächlich Erkrankungen, die ein Problem für die Allgemeinheit darstellen. Wir wissen, dass die häufigste Todesursache in den industrialisierten Ländern sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und Erkrankungen wie Diabetes oder Bluthochdruck kann man tatsächlich lange unbemerkt in sich tragen, und die können tatsächlich großen Schaden einrichten. Und da wäre es mir lieber, als würde das Geld statt in diese unsinnigen PCRs gesteckt werden, in ein Screening für solche Sachen, die einen Sinn machen würden. Danke schön. Zwei Sachen abschließend, vielleicht noch kurz. Die Frage kommt immer wieder, was ist in diesem Google-Test eigentlich drinnen? Hat da jemand eine Idee dazu, oder wo findet man das außer, wo liest man das nach? Also online recherchieren und googeln, dann lassen wir diese Frage mal so stehen. Und eine andere Frage noch, es wird auch gefragt, wie geht es bei euch weiter, wie vernetzt ihr euch, gibt es mehr Ärzte, die sich bewegen, was können die Menschen tun, bringt es was, wenn alle die Arbeit niederlegen und demonstrieren, oder die Kinder nicht mehr in die Schule schicken. Deswegen vielleicht da kurz ein bisschen einen Ausblick von euch, wie geht es weiter? Ja, wie geht es weiter? Also die Sammelklage ist eingebracht letzte Woche, liegt jetzt beim obersten Verfassungsgerichtshof in Österreich, wird hoffentlich in der Herbstsession drankommen, deswegen haben wir es auch möglichst kurz gefasst, damit die Herrschaftenrichter da nicht zu viel zu tun haben und überfordert werden. Das ist nämlich ein eher ungewöhnlicher Vorgang, glaube ich, in Österreich. Und sonst, wie es weitergeht, ja, ich denke mir, wir werden versuchen, die Menschen zu berühren, sie zu informieren, aufzuklären, möglichst viele Kollegen und Kolleginnen dazu ins Boot zu holen, Veranstaltungen machen, jeder von uns macht, glaube ich, in der Zwischenzeit auch Vorträge, macht Abende unter manchmal mehr, manchmal weniger Beschuss. Das ist so, wie es ist und die Menschen müssen wirklich, wie wir schon gesagt haben, selbst etwas tun, sich wehren, aufstehen, Nein sagen zu unsinnigen PCR-Tests. Und das hat natürlich Konsequenzen. Man kann, wie gesagt, nicht aufstehen und gleichzeitig sitzen bleiben. Man muss sich auch mit diesen Folgen, mit den Konsequenzen auseinandersetzen. Aber was immer hilfreich ist, ist, das gemeinsam zu tun, miteinander zu machen und dann wirklich auch ganz gezielt diesen zivilen Widerstand, der auch darin bestehen kann, zum Beispiel die Maske nicht aufzusetzen oder sie wegzuschmeißen oder andere einzuladen, das zu tun. Also das sind die Dinge, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig sind. Ja, wie gesagt, aus rechtlicher Sicht ist es halt so, was der Per Eifler bereits gesagt hat, man muss sich zur Wehr setzen. Man muss die Rechtsmittel ergreifen, die zur Verfügung stehen. Und wenn man das nicht tut, dann wird das eben nichts werden. Und wenn man dann noch freiwillig zu solchen Teststraßen läuft und sich da freiwillig testen lässt und sich da mitmacht und glaubt dann noch, was Gutes tut, ob man überhaupt nicht krank ist. Ich meine, die Leute gehen ja dorthin und sind völlig gesund und meinen, nur weil ein positives Testergebnis vorliegt, dann schwer krank zu sein auf einmal aufgrund eines Laborergebnisses. Ja, dann ist halt da schwer zu antworten drauf. Meine Aufklärungsarbeit wird genug geleistet, glaube ich. Also ob man noch viel mit Unwissenheit argumentieren kann, weiß ich nicht. Also ich tue mir manchmal ein bisschen schwer, da die Ursachen grundsätzlich festzumachen, warum das so leicht funktioniert. Also ich hätte vielleicht noch den Vorschlag, die Zeitungen nicht aufschlagen und nicht kaufen, den Fernseher abgedreht lassen, ebenso das Radio und dann mal einen Abgleich der Realität, der persönlichen Realität mit dem, was man so selbst erfahren kann, mit dem, was einem suggeriert wird oder aus den Medien entgegenkommt, zu starten und Nein sagen. Angst einmal ist einmal am Platz und Nein sagen, das ist meines Erachtens nach das Wichtige und Selbstbewusstsein haben. Nicht, naja, ich kann ja nicht und ich weiß ja nicht und ich habe ja nur und ich bin ja nur. Na, jeder zählt. Vielleicht von mir aus eine letzte Bemerkung meinerseits. Es muss transportiert werden, dass diese Maßnahmen lächerlich sind, sinnfrei, dass es sich gar nicht um ein Killer-Virus handelt. Das ist die erste Aussage, die wir irgendwie durchbringen müssen, denn die Zahlen liegen jedem vor. Jeder kann nachgucken und eben bestätigt bekommen, dass dieses Virus nicht gefährlicher ist als ein normales Grippevirus. Und wer das Gegenteil behauptet, muss das belegen können, wird es aber nicht können. In dem Moment, in dem diese Tatsache sitzt, muss doch klar sein, dass alles das, was gemacht wird, auch diese Testung, vollkommen sinnlos, sinnfrei und dumm. Es ist einfach dumm. So, ich habe heute eine sehr, es hat mich deprimiert, ein Gespräch gehabt, denn es gab einen maskierten Gast hier im Hotel, ein junger Mann, der sich beschwerte über uns, alle, die gesessen haben. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat heute. Und er hat sich beschwert, dass in diesem Hotel die Maskenpflicht missachtet wurde. Und ich habe ihn angesprochen und er wurde sehr, sehr aggressiv mir gegenüber. Und er wollte nicht mit mir sprechen. Er hat gesagt, was ich glauben würde, würde ihn nicht interessieren, sondern ich müsste doch respektieren, dass wenn eine Regel da ist, man sich an diese Regel zu halten hat. Hat er wirklich gesagt und maskiert. Und dann habe ich gesagt, warum muss man sich halten an eine Regel, die Willkür bedeutet, die einfach gehorsam bedeutet für etwas, was sinnlos ist. Nein, ob es sinnlos ist oder nicht, hätte er, könnte er gar nicht beurteilen. Aber die Regel ist da. Und wenn ich aufrufe, diese Regeln nicht zu befolgen und viele Leute würde mir folgen, dann gäbe es bald Anarchie. Und ich konnte nicht umhin, ich habe es gedacht, aber ich habe es nicht gesagt. Jetzt im Nachhinein tut es mir leid. Ich hätte ihm sagen sollen, dann ist Ihnen die Diktatur lieber. Aber das habe ich nicht gesagt. Ich frage zurück an das Publikum. Wollt ihr eine Diktatur, diese Art von Diktatur, die so viele Menschen leben, zerstört? Existenzen zerstört, Kulturwissenschaft zerstört, die Bildung zerstört, unsere Kinder, die ganze Psyche verändert. Wollt ihr so eine Art Diktatur oder wollt ihr doch aufstehen? Und der Schlusssatz, das war das, was ich auch gestern gesagt habe, da wo Unrecht zurecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Und das Wichtigste ist der dritte Teil, Gehorsam wird zum Verbrechen. Ja, ich bin jetzt da mit einer Kerze, muss halt ganz kurze Geschichte noch erzählen, abschließen. Zuerst einmal, vielen herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Wir wollten das breiter aufstellen, aber danke vielmals. Jetzt, zu Beginn des Lockdowns, das heißt, ich war am 10. oder 11. März in Montafon, in Seefeld und dann in Ischgl. Und ich gehe zu auf den Hotelier Alexander von der Tannen und er streckt mir die Hand entgegen. Und ich sage, gibst du nur die Hand? Ja, ja, gib mir die Hand. Wusst mir nicht, dass 56 Infizierte sind. Ich hätte da noch einen Termin gehabt, wenn es Stangl wird und so weiter, bin aber nach Hause gefahren. Und dann kam die Information Lockdown. Okay. Und ich habe mich angefangen zu fürchten. Ich war in einer Situation, ich habe mir gedacht, 60 plus, ich bin da Kandidat. Ich fürchte mich und ich haue ab. Und meine Frau hat es mir erlaubt, dass ich mir in Privatquarantäne neun Wochen zurückziehe. Sie hat mir dann aber intuitiv und mir in Argumenten und so weiter gezeigt, Angst ist ein schlechter Begleiter. Und es gibt noch eine andere Wahrheit hinter der Geschichte. Und seitdem geht es mir gut und seitdem bin ich in dieser Sache engagiert. Und ich wünsche, dass vielen noch so ein Licht aufgeht. Und zum Abschluss noch, wenn Sie mir erlaubt, diese Blumen sind jetzt für die Menschen, die da sich engagieren. Für die Gründer von Marder Earth. Das ist der Alexander Schwabel, den ich viele Jahre kenne. Der ein bisschen für verrückt gehalten wird. Und Gott sei Dank ist er das, weil er traut sich was, er tut was. Und wird auch schon viele auf seine Seite ziehen. Und auch die Tamara Pürzel, die das hier auch mit organisiert hat. Und mich hier eingeladen hat. Also das sind die Blumen für euch alle, die sich hier engagieren. Danke noch einmal. Danke an euch, an die Medienvertreter. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Applaus